Aufgrund der Corona-Situation konnten wir unseren Girls' Day leider nicht persönlich stattfinden lassen und haben ihn somit online gestaltet. Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, euch alle hier begrüßen zu können bei unserem Girls' Day im Jahr 2021. Lena und ich machen gemeinsam die Ausbildung bei Stuck Belz und haben gemeinsam den Girls' Day vorbereitet. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Lena. Sie konnte an dem Tag leider nicht dabei sein. Also ich habe Stuck schon mal an Hausfassaden gesehen und an so Fensterfarben. Hi Mädels, wir sind Lena und Veronika. Wir haben ein selbstgemachtes Video gezeigt, wo wir unsere Kollegen auf Baustellen besucht haben und den Betrieb vorgestellt haben. Zudem haben wir Stuckfassaden der Bonner Altstadt präsentiert und vorab gestellte Fragen der Mädels beantwortet. Spontan sind wir auf die Idee gekommen, mit dem Tablet durch die Werkstatt zu gehen und somit konnte ich auf die vorhandenen Stuckarbeiten eingehen. Damit der Girls' Day nicht nur online stattfindet und die Mädels was mit den Händen machen können, haben wir ihnen vorab ein Paket geschickt. In dem Paket befand sich eine Silikonform und ein Becher mit Gips. Somit konnten wir dann gemeinsam ein Smiley gießen. Auf Wunsch der Teilnehmerinnen etwas Größeres herzustellen, habe ich noch einen Beethoven-Kopf gegossen. Und somit ging der Tag langsam zu Ende. Die Mädels hatten trotz des Online Girls' Days sehr viel Spaß und hatten am Ende auch noch was in der Hand. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss!